Aaaaaand action! Und nicht den Max. Der Max sollte eigentlich hier sein, aber er ist es nicht. Das ist irgendwie das Trio von den letzten zwei Episoden. Stimmt, ja, eigentlich. Max war die ersten drei dabei, aber dann, ersten zwei, so rum. Und dann hab ich ihn ausgetauscht. Und heute wollte er dabei sein und dann hat es nicht geklappt. Da ist nur Platz für drei in diesem Raum. Wir haben auch nur drei Mikrofone. Wir hätten fünf. Ja, weil wir welche extra mitgebracht haben, aber egal. Anyway, wir sind zurück mit einer neuen Film, einer neuen Besprechung von Edgar Wright. Shit, wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen. Ich merke, ich bin rostig. Wir besprechen Edgar Wright's, jetzt weiß ich gar nicht mehr, fünften Film oder was? Wie weit sind wir jetzt? Fünf. Ja, zähle ich. Fünf. Ja, dann müsste es der fünfte sein. Ja, genau. Seinen fünften Film besprechen wir heute. The World's End. Ich bin dafür, dass es der vierte ist. Edgar Wright ist dafür, dass es der vierte ist. Ich auch. Er fragt einen Film in seinen Top 3 oder Top 4. Seinen Top 4, bis er Baby Driver veröffentlicht hat. Nein, nein, nein. Immer noch Top 4 auch mit Baby Driver. Sure. Ja, definitiv. Ich würde auch Top 3 noch sagen. Aber egal. Okay, darüber reden wir gleich. Zurück zu Johannes. The World's End. Es spielen mit Simon Peck, Nick Frost, Martin Freeman und eine ganze andere Reihe an Leuten, die man kennt. Ziemlicher All-Star-Cast schon wieder. Unter anderem Pierce Brosnan, den ich schon wieder völlig vergessen hatte. Übrigens damit der zweite James Bond, den Edgar Wright in einem Film hatte, logischerweise. Beim nächsten kommt dann Daniel Craig. Ja, wahrscheinlich. Muss ja. Ich weiß nicht, was das ein Connetto-Film ist. Ja, genau. Also, und in dem Film geht es um eine Gruppe von Freunden, die sich nach wie vielen Jahren wird gesagt, nach wie vielen Jahren? Ich glaube so. Ich glaube, es wird gesagt, aber ich erinnere mich gerade nicht mehr. 20, 30 Jahren oder so. Ich würde sagen, 30. Die sind zu alt für 20 Jahre später. 30 Jahre später. Boah, das wird aber auch spät. Naja, egal. Auf jeden Fall, lange Zeit später, nachdem sie in ihrer Jugend mal versucht hatten, einen Popcrawl mit 12 Pubs zu machen, treffen sie sich wieder, um diesen zu vollenden oder beziehungsweise seinen Pecks-Charakter, überredet sie alle, das nochmal zu versuchen, den zu vollenden. und dann finden sie raus, dass die Stadt, in der sie als Kinder gelebt haben und in die sie dann zum ersten Mal zurückkehren, voller Alien-Roboter-Dinger ist und die Menschen, die sie kannten, alle ausgetauscht wurden. Was mir jetzt gerade erst auffällt. Fast alle. Was zur Hölle muss mit deiner Familie falsch gelaufen sein, wenn du den Ort, in dem du aufgewachsen bist, 30 Jahre lang nicht besuchst. Also deine Eltern besuchst oder so. Warum fällt mir das jetzt auf? Gar nichts. Vor allem im Film rät ja auch. Also schluften ja seine Mom an. Ja. Ja, wohnt die da so anders? Ist auch wirklich ein wichtiger Plotpoint, um das zu sagen. Ich glaube ja gerne, dass vielleicht eine Mom oder so weggezogen ist oder dass die Eltern von einem Charakter weggezogen sind. Auch gern von zwei, aber von fünf aus fünf Charakteren. Irgendwer wird doch da noch wohnen. Ja. Irgendwer wird doch da seine Eltern besucht haben. Ja. Und vor allem der eine arbeitet ja sogar für seinen Vater. Also ist dann die Familie weggezogen. Also es ist auf jeden Fall größtes Plottoil dieses Films. Ja, aber die Familie ist ja weggezogen, weil er arbeitet ja auch woanders. Genau. Ja. Es ist auf jeden Fall merkwürdig. Ja. Ich meine, sie sind in einem sehr verschlafenen Nest. Eins von zehn Film. Vollkommen logisch. Ich verstehe das nicht. Aber auch eigentlich echt nichts zur Sache. Nicht so wirklich. In erster Linie geht es um Gary King, Simon Pecks Charakter, der halt irgendwie in seiner Jugend stecken geblieben ist. Und ja. So, ich möchte wie immer meine erste Runde machen und fragen, wie seid ihr zu diesem Film gekommen? Wann habt ihr den das erste Mal gesehen? Und in welchem Setting? Und ich fange mal an mit dir, Ted. Okay. Bei mir war es ziemlich spät sogar. Ich glaube, ich hatte den nicht gesehen gehabt, als er rauskam. Wobei ich die ersten zwei Cornetto-Filme zu der Zeit schon kannte und geliebt habe. Aber irgendwie habe ich den World's End überhaupt nicht mitbekommen und habe dann irgendwann erst Jahre später den angeschaut, als ich mal, oh shit, Edgar Wright hat ja noch einen Film gemacht, den ich vollkommen vergessen, also den ich überhaupt nicht mitbekommen hatte. Und habe ich so, ja okay, sofort suchen, wo ich den finden kann. Und dann ein Kumpel von mir hatte den und dann habe ich es mir ausgeliehen und habe es mir angeschaut und fand ihn super. Fand ihn 1A-Klasse. Also voll komisch. Scott Prylblum kannte ich, die ersten zwei Cornetto-Filme kannte ich, ich fand alle drei Filme Hammer und habe halt irgendwie den Release von World's End, wann kam denn der raus? 2013. 2013, vollkommen verpasst. Ich glaube, das war zu meinem Abi-Zeit, da habe ich das irgendwie, da war ich verplant, da war ich die ganze Zeit besoffen, da habe ich nichts mitbekommen. Faules Schülerpack. Und dann halt irgendwie, ich glaube, ich habe ihn erst so 2015 oder so gesehen, oder 2016. Also ich glaube, als Baby Driver announced wurde, ich so, ah, Edgar Wright, google mir mal. Oh, da ist ja noch ein Film. Immerhin ist er dir aufgefallen, bevor du hier zur Aufnahme gekommen bist. Wir haben ja schon ein bisschen über den erwähnt gehabt bei den vorigen Episoden, aber ja, es ist voll an mir vorbeigerauscht. Okay. Ja, an uns nicht wirklich. Haben wir den zusammen gesehen? Ich habe mich gerade gefragt. Ah, wir haben den zusammen gesehen. Interessant. Wir waren danach auch auf dem Pubcrawl. Das Ganze weißt du nicht mehr oder was? An den Pubcrawl erinnere ich mich. Nämlich daran, dass ich der Einzige war, der alle zwölf geschafft hat. An Versuch zwei. Versuch zwei. Was? Versuch zwei war das. Versuch eins haben wir echt gescheitert. Ach, wie im Film. Wow. Fangen wir mal vorne an. Was war Versuch eins? Ich erinnere mich nicht an Versuch eins. Also wir haben... Sowohl. Gut, mal von vorne. Dieser Film war... Da waren wir beide ziemlich gehalbt drauf. Was nicht wenig mit unserem damaligen Kollegen aus der Ausbildung zu tun hat. Danke Max nochmal dafür. Nicht der Max, der andere Max. Der andere Max, weil er vorgeschlagen hat, hey, wir gehen gemeinsam ins Kino und machen dann einen Pubcrawl. Ich weiß nicht, ob das 100% ernst gemeint hat. Ich habe es ernst genommen. Okay. Und dann haben wir es halt auch irgendwie gemacht. Ach, das war mehr spontan oder was? Ich erinnere mich wirklich kein Stück mehr dran, dass wir danach einen Pubcrawl versucht haben. Wir haben danach einen Pubcrawl versucht. Wir waren irgendwie dann... Aber wie viele waren wir da? Wir waren... Keine Ahnung. Wir waren dann irgendwie... Die Gruppe wurde größer. Wir waren dann irgendwie zu 6. oder 7. im Kino und dann sind wir auf dem Pubcrawl. Und das einzige Problem daran ist, dass die Taktung echt eng ist. Wenn du abends ins Kino gehst, irgendwie um 10 aus dem Kino kommst... Dann musst du dich beeilen. ...und in München das letzte Pub um 3 zumacht. Da 12 Pubs reinzubringen, ist unmöglich. Und daran hat auch der erste gescheitert. Der erste war jetzt nicht unbedingt... Ist nicht an zu viel Alkohol gescheitert, sondern daran, das ist einfach zu wenig Zeit. Und vielleicht zu viel Alkohol. Und der zweite, den haben wir dann mittags angefangen. Wir haben gemeint, wir wollen das nochmal probieren. Und da bin ich dann irgendwie nach dem 11. gescheitert. Aber auch nur, weil ich dachte, ach leicht, ich trinke neben dem Pub 2 Bier. Und dann bin ich durchgezogen und dann lag ich irgendwie auf Wagen. Grober Fehler. Und ja, du warst der Einzige, der es dann irgendwie geschafft hat, von Anfang bis Ende. Gratulation nochmal. Gratulich. Ja. Der zweite Versuch war nicht 30 Jahre später, der war drei Wochen später. Ja, irgendwie so. Ja, okay, dann brauche ich jetzt nicht mehr sagen, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe. Das hast du definitiv detaillierter übernehmen können als ich. Wir sollten wieder einen Pubcrawl machen. Ich will den auch mal schaffen. Aber jetzt habe ich erst recht keine 12 Bier. Ein PFG-Pubcrawl. Oh mein Gott. Filmtrinkspiele on the road. Aber nur so ein Mikromitnehmer verbinden. Gut, aber dann läufst du durch die Stadt und trinkst einfach. Acht Stunden aufnehmen. Ja, wir können schon einen PFG-Pubcrawl machen und das Ganze dann so ein bisschen mit Handys mitdokumentieren und am Ende ein Worst-of zusammenschen. Machen wir einen Blog draus. Ich erinnere mich noch, dass ich nach dem Pubcrawl erstaunlich wenig betrunken war. Ja, wir haben uns auch echt Zeit gelassen. Wir haben uns Zeit gelassen. Also wir haben, glaube ich, um 12 Uhr mittags angefangen und dann hast du 13 Stunden Zeit, um 12 Cider war das oder 12 Bier zu trinken. Ja, easy. Das geht voll. Das geht voll. Deswegen hat es mich gewundert, dass ich der Einzige war, der es geschafft habe. Aber okay. Was war mit Max? Ich habe keine Ahnung. Der ist irgendwann ausgestiegen. Es sind alle irgendwann ausgestiegen. Ich weiß nicht mehr, was mit Max los war. Und ich war noch mit zwei anderen dann im letzten und die sind aber später eingestiegen. Deswegen, naja, wie auch immer. Genug von uns. Zurück zum Film. Zurück zum Film. Ich habe ja schon mal in einer vorherigen Directed by Edgar Wright Episode gesagt, dass ich finde, World's End ist Edgar Wrights schlechtester Film mit einem ganz guten Abspann. Abspann. Mit einem ganz guten Abspann. Der Abspann ist super unterhaltsam. Abstand. Es würde mich interessieren, wie steht ihr zu dem Film? Und ich habe ja, Chad, du und ich haben ja schon mal drüber geredet, so ein bisschen. Ja. Deswegen würde ich mal mit dir anfangen. Okay. Wie ihr euch vielleicht verinnern könnt, hatte ich gemeint, dass Shaun of the Dead der schwächste Cornetto-Film ist bei einer der Episoden. Naja, ich erinnere mich. Du fandest ihn total furchtbar. Nee, nee, halt da mal. Nee, aber das war noch mit der Meinung, wo ich The World's End nur, ich glaube, einmal gesehen hatte oder zweimal. Den hatte ich mir jetzt letzte Woche noch angeschaut. Ich muss sagen, dass ich doch schon besser finde, aber es ist sehr nah dran. Und ich gehe dann später darauf ein, wieso The World's End ein bisschen runtergestuft wurde nach dem Schauen. Aber wobei ich sage, er ist für mich kein großer Abstand erstmal zu schauen. Und er ist für mich um einiges besser als Baby Driver, der für mich der schwächste Film ist von Edgar Wright. Spoiler Alert. Interessant. Dann können wir da gleich nochmal drüber reden. Colin. Das ist interessant, weil ich halt aus dem Kino raus bin und dann sind wir zum Pubcrawl und irgendwie war ich dann so der Meinung, ja, Super World's End, bester Film jemals von Edgar Wright. Bis man ihn dann mal auf DVD nochmal geschaut hat und merkt, dass da extrem viel Hype dabei war. Und ich stimme dir zu, Johannes, es ist wahrscheinlich objektiv bewertet sein schlechterster Film. Ich hatte ja aber schon in letzter Episode gesagt, dass Hot Fuzz ist der, der mir subjektiv am wenigsten Spaß macht. Daher, ich habe auch deutlich mehr Spaß mit World's End als mit Hot Fuzz, aber wenn ich jetzt irgendwie mal Geschmack ausschalten muss und einfach nur schauen sollte, was ist der kompetentere, gemachtere Film, das wäre definitiv Hot Fuzz. Und World's End finde ich definitiv den, oder ist dann auf der Skala definitiv unten. Trotzdem macht der mir sehr viel Spaß. Weil irgendwie, keine Ahnung, ich mag das Ding. Ich mag Popcrawl, die Idee eines Popcrawls. Und das ist einfach, ich finde den Charakter von Gary King einfach so super. Ja, Simon Peck trägt diesen Film. Oh, okay. Das ist interessant, weil Gary King ist der Grund, warum ich diesen Film mit Abstand den schlechtesten von Edgar Wrights Film, weil ich finde Simon Pecks Charakter richtig ätzend in dem Film. Sollen wir gleich damit anfangen und detailliert darüber reden? Ja, dann machen wir doch das. Warum ist das? Entstattst du mir von Gary King aus? Ja, also mein, genau, das ist mein größtes Problem mit dem Film. Ich meine, der hat dann noch so andere Sachen, wo wir vielleicht später drauf eingehen können, so ein paar Sachen, die sich mehr so anfühlen, als wären sie, als hätte er Edgar Wright das Gefühl gehabt, das muss ich jetzt machen, weil das ist mein Stil und so. Da können wir dann, glaube ich, später drüber reden. Aber für mich wirklich mit Abstand das größte Problem ist Simon Pecks Charakter, weil ich ihn wahnsinnig unsympathisch finde und ein großes Problem damit habe, dass er über den gesamten Film ein Arschloch ist und am Ende dafür belohnt wird und keine Wandlung wirklich durchmacht. Und das ist mir jetzt beim neuen Schauen noch nerviger aufgefallen als beim ersten Mal. Und ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, der Film findet ihn total cool und findet es irgendwie, und findet es lustig, dass er ein Arschloch ist und am Ende machen seine Freunde eine Wandlung durch und sehen, ach, er ist ja gar nicht so schlimm, wobei sie vorhin, davor total von ihm genervt waren und er macht aber keine Wandlung durch, sondern seine Nervigkeit ist am Ende, was die Aliens besiegt oder vertreibt oder naja, also besiegen tun sie sie ja nicht. Also sie besiegen sie, aber naja, ihr wisst ja Bescheid, die Welt geht unter. Aber am Ende ist das dann das, was ihn, ja, was ihn zu dem macht, der dann die Aliens halt fortschickt, also sein Arschloch-Dasein. Ja, und ich fand, er hat eine sehr interessante Ausgangslage, weil er ist ein Charakter, der so in seiner, in seiner Jugend stecken geblieben ist, nie irgendwas im Leben erreicht hat und halt das Einzige, was er noch so im Leben hat, ist dieses eine, diese eine Nacht, die es will in die geilste Nacht seines Lebens war und die aber, wo aber er was ist, was er nie vollendet hat, so, ne, was er eigentlich, was ich finde, was eine sehr starke Ausgangslage für einen Charakter ist. Ähm, aber wir lernen ja auch irgendwie dann, er ist ja Alkoholiker, ne, er war ja bei den anonymen Alkoholikern und darüber wird aber im Rest vom Film, wird zwar schon erwähnt, aber am Ende wird er auch dafür belohnt, dass sein Alkoholismus ihn antreibt und er lernt, er überkommt seinen Alkoholismus nicht. Klar, in der Post-Credit-Szene bestellt er dann ein Wasser, aber sein Alkoholismus ist erstmal das, was die Welt, keine Ahnung, rettet oder seine Freunde rettet oder wie auch immer und seine Freunde lernen dann eher ihn dafür zu lieben, dass er dieses, der jugendliche Arschloch-Alkoholiker ist, anstatt dass er lernt, dass seine Art vielleicht auch nicht so gut ist. Also das ist, so kommt es für mich rüber und das ist für mich, was, was diesen Film, ja, aber ich habe immer noch sehr viel Spaß mit dem Film, aber ich bin oft auch sehr genervt, sagen wir es mal so. Nicht so ernst ist der Einspruch erstmal, an einer Stelle gibt er zu, dass er nicht recht hat gegen einen des Films. An einer Stelle? Ja. Und das ist auch nicht so, also es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie eine Einsicht hätte, eine große oder so, es ist mehr so ein Gag halt. Ich glaube, es ist auch eher, dass es sagt, jemand anderes hat recht und nicht eingesteht, dass er dann deswegen nicht recht hat. Genau, das heißt auch da macht er keine so wirkliche Wandlung durch. Willst du, willst du anfangen? Willst du? Ich kann da direkt drauf antworten, aber ich bin so einfach. Okay, fang du erstmal an und dann kann ich vielleicht noch was dazugeben. Also, ist interessant, weil ich, weil ja, du hast recht, das stimmt. Da kann man nicht wirklich drum herum argumentieren, die Fakten sind da, der Charakter ändert sich nicht wirklich und ja, das ist normalerweise nicht so eine gute Ausgangslage. Ich habe jetzt angefangen, sofort mit anderen Edgar Wright-Filmen zu vergleichen und gut, das Ähnlichste ist dann vielleicht noch Sean, der sich auch nicht wirklich wandelt, aber der ist halt ein Versager, der die ganze Zeit wenigstens versucht, kein Versager zu sein. Ja. Also, der versucht sich wenigstens zu ändern. Bei Sean am Ende ist er schon, er nimmt Verantwortung auf sich und wird aktiv. Er versucht's, er wird nicht so richtig erfolgreich damit. Genau. Er wird ja der Führer der Bande. Und er hat halt noch Eigenschaften, die ihn sympathisch machen und das fehlt mir so ein bisschen an Gary King. Das auch. Ja, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Ich wäre jetzt auch nicht gern mit Gary King befreundet, muss man auch so sagen. Aber ich glaube, das ist auch der Punkt des Filmes für mich. Ja, ich habe gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, außer, dass ich einfach trotzdem einen Charakter finde, der verdammt lustig ist, anzuschauen. Und den Zweck erfüllt er, ein lustiger Protagonist zu sein. In einer Komödie ist das auch schon mal etwas. Klar, es geht besser. Deswegen sage ich auch, das ist wahrscheinlich so auf einer objektiven Skala der schlechteste Film von Edgar Wright, dass der Aspekt spielt er sicher auch mit rein. Aber ich habe trotzdem Spaß dabei, wenn ich diesem Charakter zuschaue. Das trägt mich dann durch den Film, dass ich Spaß mit diesem Film habe. Aber ich sage ja auch nicht, dass es der beste Film ist oder dass es so ein super Film ist. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll. Das red du erst mal. Okay, also ich finde es auf jeden Fall interessant, weil ich komplett in die andere Richtung gegangen bin. Vor allem, Gary King ist das, was ich an dem Film so mag. Ich weiß nicht, vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun, was ich so in der Familie hatte. Aber so wie er halt dargestellt wird, natürlich am Anfang mag man ihn nicht. Er ist einfach jemand, der ist in der Vergangenheit zurückgeblieben, der ist voll nervig und ich glaube, das bringt der Film auch sehr gut drüber, dass sowohl die Freunde genug von ihm haben und sich irgendwie nur mitschleppen lassen, mehr erpressen lassen oder reintricksen lassen in den Trip und genauso die Zuschauer eigentlich nicht wirklich auf seiner Seite sind und ihn nicht wirklich mögen. Deswegen fängt der Film damit an, wo er im AA-Meeting hockt und man merkt, dass es ihm überhaupt nichts bringt. Also beziehungsweise, dass er überhaupt kein, überhaupt gar nicht versucht, sich zu bessern, weil er bei den anonymen Alkoholikern darüber redet, wie geil seine Jugend war und wie geil die Zeit war. Obwohl, hier noch erstmal kurz ein kleiner Trivia, das habe ich nirgendwo gefunden, aber es ist mir aufgefallen, für eine Sekunde sieht man Daniel Kaluuya im Shot. Bei den AA? Bei den AA. Was? Er ist nicht gecredited, gar nichts. Wie geil ist das denn? Nirgendwo war es, er sitzt einfach nur so links, links in der Frame, sitzt halt nur kurz rum und dann wird, dann geht der Film gleich weiter weiter. Das ist mir nicht aufgefallen, wie geil ist das denn? Auf jeden Fall. Und in dem Fall ja keine Cameo, sondern damals war er, ja, ja, noch einfach, kannte man ihn nicht. Aber auf jeden Fall. Und halt diese ganze Journey und für mich, der Punkt vom Film war, dass Gary sich nicht ändert. Der Punkt vom Film war, dass er unter Alkoholismus leidet und weder die Gesellschaft noch seinen Freundeskreis ihm helfen können oder wollen. Die Gesellschaft, weil sie einfach quasi so abstrahiert ist, dass er, dass es für ihn einfach alle Leute sind, die, die er gar nicht mehr als Menschen sehen kann, weil er in seiner eigenen Lage da ist und dass er die gar nicht mehr als wirklich als Menschen sieht. Die einzigen, die er noch als Menschen sehen kann, sind seine Freunde, die er halt auch nur als Enabler benutzt, wo auch im Film dann gesagt wird, we're not your Enablers. Yeah. No, we're your fucking, we're not your friends, you're fucking, we're your fucking Enablers oder irgendwas in der Richtung. Ja, ja, genau. Diese kleinen Szenen, wo er so zwei halbrede Bier nach dem dritten Pub draußen sieht und einfach nicht widerstehen kann. Also diese kleinen Sachen, wo du, wo der Charakter immer tragischer und tragischer wird. Und dann für mich quasi, es kulminiert halt darin, dass er halt auch wieder mehr Freunde verliert und am Ende einfach nur noch zwei, die halt wirklich dann da bleiben mit dem einen quasi, der sein Konkurrent oder Konkurrent über ein Mädchen in seiner Jugend war und seinem bester Freund sind die Einzelnen, die ihm noch bleiben, aber auch nicht wirklich helfen können und es nicht schaffen, ihm zu helfen. Er stößt alle weg und dann am Ende des Films ist sein Alkoholismus, ich fand's interessant, weil du sagst, er zerstört die Welt, er rettet die Welt, obwohl sein Alkoholismus und seine Nervigkeit und Störheit in dem Fall, wenn man nur die Welt anschaut, also den Planeten quasi die Welt zerstört, indem er die Individualität quasi der Menschen rettet. Also für mich sind die Roboter, sind die Gesellschaft oder die größere Familie, die dann zudem sagen, ist vorbei, wir helfen dir nicht mehr, wir haben keinen Bock mehr, du lässt dir nicht helfen, du bist vollkommen am Alkohol und kommst einfach nicht mehr weg. Und weil er sich nicht ändern kann und weil er die ganze Zeit dann festhält und einfach nicht wegkommt und einfach nicht wachsen kann, zerstört er somit seine Welt und zerstört er seine ganzen menschlichen Kontakte und quasi auf diese Weise hab ich halt den Film angeschaut und deswegen, deswegen funktioniert das für mich, dass er nicht wächst, weil quasi das, ich hab wirklich das Gefühl, das haben ja wieder, ich glaub Edgar Wright und Simon Beck geschrieben, ich hab wirklich das Gefühl, dass irgendeiner von denen, dass das bei denen eine Familie passiert ist. Oh, es fühlt sich so an. Es fühlt sich so an, dass halt quasi irgendjemand nah in der Familie oder im Freundeskreis quasi hat alle weggestoßen und ist irgendwie zugrunde gegangen, weil er es einfach nicht gepackt hat, über, ob es jetzt seine Jugend war oder über irgendwelche von seinen Problemen nicht drüber hinaus zu wachsen oder daran zu arbeiten und dass es einfach nur zugrunde geht. Ja. Was halt dann am Ende blöd ist, ist, dass sie es auf einen quasi kleinen Happy End umschlagen, weil quasi, der Planet ist zwar zugrunde gegangen, aber wir als Spezies, wir als Menschen sind noch, wurden nicht ersetzt, also sind noch am Leben. Ob es da vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung geht, weiß ich nicht, aber quasi bis zu dem Punkt ist es für mich quasi die Geschichte, die erzählt wird und da passt der Charakter von Gary King so gut und da liebe ich es auch, wie Simon Peck ihn darstellt und wie er als Schauspieler daran rangeht. Ja, das finde ich interessant, weil mir ging das so, ich habe das beim Antoine, ich hatte das, mir ging das auch so, ich habe das darin gesehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Geschichte ist, die sie erzählen wollten. Warum das für mich nicht so richtig funktioniert, ist, dass der Film ja so dieses Parade, mit einem Paradox zu kämpfen hat, nämlich einerseits ist es ja die Geschichte von einem Alkoholiker, der quasi seine, das einzige, was seine Freunde, die einzigen, die er noch im Leben hat, eben dazu nutzt, als Enableist und so weiter und sich nicht helfen lassen will und am Ende damit die Welt zerstört. Das ist eine tragische Geschichte. Gleichzeitig ist es eine Komödie über Alkoholkonsum und der Alkoholkonsum ist ja eigentlich was, mit dem der Film Spaß hat und das der Film feiert und der Spaß daran ist ein zentraler Teil des Films und ein zentraler Teil der Comedy und das ist so ein Paradox, wo dann für mich die Tragik der Geschichte nicht mehr funktioniert, nicht mehr so rausgekommen ist, wenn du verstehst. Ich verstehe absolut, ich verstehe absolut, was du meinst. Jedenfalls über große Teile. Ja. Also hauptsächlich in der Mitte am Anfang und am Ende, finde ich, kommt es gut raus, was du sagst und ich habe noch nie über den Film wirklich nachgedacht. Was auch, wenn du es mir erzählst, macht es total Sinn und scheint eine interessantere Geschichte zu sein, als das, was ich darin gesehen habe. Aber das wäre auch irgendwie meine Kritik da an dem Film, wenn man dann nicht irgendwie mit so einem Blickwinkel schon an die Geschichte rangeht, dass das dann auch, dass diese Geschichte, die du drin gesehen hast, auch nicht wirklich erzählt wird, wenn man es von einem neutralen Blickwinkel aussieht. Ja. Dass es quasi verloren geht. Wobei ich das auch, da muss ich komplett zustimmen. Für mich war es nicht mal, also quasi dieses Paradoxal mit dem Alkoholkonsum dann. Ja. Aber das habe ich dann mehr damit gesehen, dass er quasi, für mich war das oft eine Sache, wie, dass das halt verharmlost wird. Das halt einfach nur ist, so wie halt Alkohol verstanden wird in der generellen Gesellschaft. Ja. wie halt verharmlost ist, quasi als Droge gesehen wird, aber dann wie, wie es dann manche Menschen, also manche Menschen, die meisten Menschen können einfach trinken und ohne Probleme und dann halt bei manchen wird es halt dann ein Problem draus, weil halt andere Probleme im Leben da sind und dann stürzt man sich halt dann in die Richtung. Wobei ich das, ja, ich kann vollkommen verstehen. Für mich war, die Sache, wo sie sich verloren haben, war mehr die Action als die Comedy. Interessant. Inwiefern denn? Inwiefern? Würde ich jetzt auch wissen. Ich fand's, es hat einfach nicht so gut gepasst. Also in den, vielleicht macht's Sinn, nachdem ich gesagt hab, wie ich den Film sehe. Ja. Für mich sind Witze, Comedy ist eine Weise, um auch über traurige Sachen quasi über die wegzukommen oder irgendwie so ein Thema zu behandeln. Da hatte ich jetzt weniger das Problem, aber dann dieser Jump zu dieser quasi Kung-Fu-Style-Action hat für mich gar nicht gepasst. Also gar nicht zu dem, zu dem Thema vom Film. Das find ich jetzt tatsächlich sehr interessant. Und das war der große Punkt, der es für mich zurückgezwillert hat. Also quasi die Action kombiniert mit dem After-Szene, nachdem die World untergegangen ist, das sind die zwei Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ich kann's irgendwo nachvollziehen. Bei der ersten wirklichen Action-Szene, wo sie da in dem Bad gemeinsam kämpfen oder im Bad im Klo gemeinsam kämpfen, hab ich mich auch erst mal gefragt, was zur Hölle passiert hier? Das sind Alkoholiker beziehungsweise ein Alkoholiker und seine alten Schulfreunde. Die können nicht kämpfen, die haben nicht zu kämpfen. Zu können vor allem bei Nick Frosts Charakter. Wie hieß der? Andy? Ja, Andy. Muss ich mir immer wieder in Erinnerung rufen. Ja, der ist Rugby-Spieler. Okay, vielleicht. Es wurde irgendwo im Skript mal ein Grund eingefügt, warum. Andererseits fand ich diese Szene so wahnsinnig witzig, dass ich mich danach gleich auf die nächste Kampf-Szene gefreut habe. Weil ich finde, was an diesem Film wirklich gut ist, sind die Action-Szenen. In der Cornetto-Trilogie, nehmen wir mal Scott Pilgrim außen vor, in der Cornetto-Trilogie sind das die lustigsten Kampf-Szenen, finde ich. Weil es hat mehrere Gründe. Einerseits, weil das so absurd ist, dass jetzt ein paar betrunkene Leute gegen Roboter kämpfen. Und andererseits, weil es so gut zur Musik immer passt, so rhythmisch, so gut geschnitten ist. Und die Art zu kämpfen einfach so lustig ist. Da sind so viele lustige Bilder drin, wo es dann irgendwie nur noch ein einzelner Arm ist, der mit jemandem kämpft und solche Sachen. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Einfach die Charakter, wie sie sind, dass sie mit genau diesem Stil gegen irgendwelche anderen betrunkenen Pappbesucher, die Roboter sind und die Blau-Bluten kämpfen, das finde ich super. Das mit dem blauen Blut ist ja eh, finde ich, eine der lustigsten Sachen an dem Film, wo sie dann auch darüber diskutieren, ob es Blut ist oder nicht. There are blue bloods. Ja. Gesellschaftskritik. Ne, was ich zur Action noch sagen wollte, ich finde, jetzt ausgenommen von, abgesehen von Baby Driver, der ja da noch nicht existiert hat, ist die Action in O'Rals End am besten umgesetzt. Ja, das definitiv. Weil, wo wir ja bei Hot Fuzz drüber geredet haben und wo wir gesagt haben, ja, Hot Fuzz ist ein Actionfilm oder ist zumindest gemacht wie ein Actionfilm. Ich fand ja die Action in Hot Fuzz nicht so geil, weil in Hot Fuzz ist Edgar Wright in diese Falle getappt, in der sehr viele Regisseure tappen, ist, dass die Action einfach wahnsinnig schnell geschnitten ist und wahnsinnig rasant gedreht ist und so weiter und dann du halt so wenig und du dann keine Übersicht mehr hast über das, was passiert. Und da, das ist mir jetzt beim jetzigen Schauen von World's Ends das erste Mal aufgefallen, dass hier viel weniger geschnitten wird in der Action, viel mehr auch mal ein White Shot gezeigt wird und einfach mal auch ein Charakter eine Weile verfolgt wird und so weiter und du viel mehr sehen kannst, was passiert. Und es gleichzeitig noch trotzdem total lustig ist. Und trotzdem noch rasant, also es fühlt sich nicht langsamer an dadurch. Interessant. Und da hatte ich das Gefühl, dass Edgar Wright in seiner Art Action umzusetzen ein ganz Stück gewachsen im Vergleich zu seinen vorherigen Filmen. Definitiv. Scott Pilgrim hatte ich nur ausgeklammert, weil mir der Stil, dieser Comic-Stil einfach zu gut gefallen hat. Und da ist es ja auch ein komplett anderes Ding. Da ist halt die Cornetto-Trilogie. Aber was du sagst, finde ich auch, es ist einfach die kompetenteste Action, die wir von Edgar Wright bis zu dem Zeitpunkt gesehen haben. Genau. Und das ist mir wirklich, also das war mir nicht bewusst, bis ich es jetzt nochmal angeschaut habe, weil mir das einfach in dem nahen Vergleich jetzt so erstmal bewusst wurde, was ein großer Sprung gegenüber Hot Fustes war jetzt. Deswegen machen wir auch das Format, dass einem sowas auffällt. Bing! Das ist interessant, das ist echt interessant, weil ich kann das nicht, ich kann, also meinem Punkt kann ich nicht widersprechen, dass es wirklich die, quasi die kompetenteste, bestgemachte Action ist in seinen Filmen bis zu dahin. Oder vielleicht überhaupt sogar. Ich glaube, Baby Driver setzt dem nochmal, Baby Driver hat weniger Hand-to-Hand, aber... Ich wollte gerade sagen, es ist halt eine, es ist schwer, Es ist anders. Ich wollte sagen, es ist schwer zu vergleichen, weil quasi die Action ist kompetenter als in Hot Fust, aber in Hot Fust ist für mich die Komik da mit dem schnellen, also quasi, dass er sich quasi über Michael Bay ein bisschen lustig macht, über andere Sachen, über die normale Action. Das ist halt, zum einen hast du in Hot Fust, hast du Schusswaffen-Action, bei The World's End hast du dann Hand-to-Hand und dann bei Baby Driver ist es zum größten Teil einfach nur Driving. Ja, und mit ein bisschen Geballer noch. Mit ein bisschen Geballer. Ja. Aber das ist bei mir das Problem. Es ist mit die bestgemachte, aber sie ist einfach für mich in dem falschen Film. Da kann ich dir aber in dem Fall dann tatsächlich nichts widersprechen. Quasi, sie ist für mich verschwendet. Also es fühlt sich... Es passt für mich, das eine passt mit den anderen nicht zusammen, es hätte in einem anderen Film viel besser funktionieren können und die Komik in der Action hat für mich nicht wirklich funktioniert, um ehrlich zu sein. Ich fand sie gut gemacht, für mich war es ein bisschen zu sehr gekünstelt. Ja. Für, wie so ein Pub-Raw sein soll. Die Komiker bin ein bisschen gefiltert und zum Film hat es einfach, hat es mir einfach nicht gepasst. Einspruch. Und ich würde dir nicht, ich würde nicht völlig widersprechen. Ich würde mal völlig widersprechen. Ich habe zwar gesagt, dass ich erst mal mich gefragt habe bei der ersten Szene Was zur Hölle, aber andererseits finde ich, dass es in den Film reinpasst, weil das ein Pub-Crawl ist, weil es Pappschlägereien gibt, weil die Leute sich in Pubs prügeln und die Leute, die sich betrunken prügeln, die sehen sich nicht als, wie sie normalerweise durch die Gegend torkeln und selber fast hinfallen, sondern die sehen sich genauso, wie die Leute in diesem Film gekämpft haben. Und dieser Kontrast zwischen die Leute sind eigentlich total betrunken, aber kämpfen so, wie sie sich sehen würden oder wie sie sich beim Kämpfen vorstellen, das fand ich irgendwie sehr witzig. Das hat für mich ziemlich viel Komik beigetragen in den Action-Szenen. Das ist definitiv ein Gesichtspunkt, der valid ist. Und deswegen fand ich, dass es in dem Film sehr gut reingepasst hat. Das war ein Hauptteil der Komik für mich, in den Action-Szenen jedenfalls, war dieser Aspekt. Das hat für mich super funktioniert. Ja, bei mir ist es tatsächlich, ich würde dir insofern widersprechen, also die Action-Sequenzen, der Kampf-Szenen und so weiter, das hat mich gar nicht gestört. Wo ich dir jetzt nicht widersprechen würde, wäre, dass es sich zum ersten Mal, wo das in diese Science-Fiction-Richtung geht, sich dann plötzlich sehr forced anfühlt. Also hatte ich das Gefühl. Und das ist meine andere Kritik, die jetzt nicht so stark ist, wie die an Simon Pecks Charakter an dem gesamten Film, dass ich fand, dass sich viele Elemente so angefühlt haben, wie, ja, das ist ein Edgar-Wright-Film, und deswegen muss das so sein. Es ist ein Cornetto-Film. Oder es ist ein Cornetto-Film, Es muss eine normale Welt sein und was total absurdes gleichzeitig passiert. Genau, genau. Und da, ich hatte das Gefühl, bei Hot Fuzz und bei Shaun of the Dead war die Idee organischer. Genau. Und hier hat sich's konstruierter angefühlt alles. Und, also, genauso wie er jetzt, wo er das erste Mal in den Bathroom ins Klo reingeht und dann aus einem random Grund mit diesem Typ halt in ein Konflikt gerät und den dann Body, also, das hat sich, das hat sich alles sehr konstruiert angefühlt, bis wir zu diesem Punkt kommen, wo wir dann feststellen, okay, die ganze Stadt ist voller Roboter. Ab da ist es dann ein Science-Fiction, Invasion of the Body Snatchers, bla, Film. Und da funktioniert's, finde ich, dann wieder, aber der Übergang von einem Alkoholiker, der mit seinen Freunden einen Popcrawl wieder machen will, bis zu dem Punkt, wir sind in einem merkwürdigen Science-Fiction-Film, das war nicht so organisch wie in den anderen Filmen, wo die Grundidee einfach weniger konstruiert gewirkt hat. Okay, okay. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, es kommt halt aus dem Nichts, von der Szene, vor allem, dass er halt so, dass er einen Jugendlichen Bodyslammen würde. Genau, ja, so, was er absolut lebens, also, er hätte den ja umgebracht, wenn das ein Mensch gewesen wäre, hätte er den gerade umgebracht, holy fuck. Ja, das ist die Sache, nee, gerade wo ich an diese, an diese Barthrom-Szene denke, ist, was mir quasi, eigentlich, der kleinste Teil, der halt nichts mit dem Rest zu tun hat von der Szene, was mir am besten gefallen hat, wo er reinkommt und quasi noch mal gegen die Wand hauen will und das das schon gemacht hat und quasi, oh mein Gott, alles wiederholt sich gerade, ich bin überhaupt keinen Schritt weiter in meinem Leben. Ja. Das hat mir am besten gefallen und dann kam der Rest und dann so, hier ist die Sache, es sind, glaube ich, drei große Szenen, drei große Kampf-Szenen sind es drin, oder? Die im Barthrom, dann die mit diesen Schwestern und dann die, wo Pierce Bros. und diese ganz große. Ah, der ganz große, ja. Und mehr ist dann mehr weglaufen und dann andere Sachen. Also, es sind die drei großen, glaube ich, oder? Ja. Mir fällt jetzt auch an ihm nichts anderes an. die erste war mir zu gekünstelt, die zweite fand ich ganz okay mit den Schwestern, weil sie da ein bisschen kreativer wurden und die dritte hatte ich das Gefühl, okay, das ist einfach nur die erste Barthrom-Szene und nur mehr. Also, mehr Menschen und mehr, aber nichts Neues. Also, nichts Neues Kreatives, was die machen in der Szene im Vergleich zu der ersten. Die zweite hat dann wieder was anderes gemacht, aber die dritte Szene war halt so, naja. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, für mich war es nicht so extrem gewirkt, aber in diesen Szenen hat es mich echt verloren, um ehrlich zu sein. Kann ich verstehen. nachvollziehen. Aber was ich interessant zu beobachten finde, ist, dass der Sprung von wir machen Pubcrawl zu plötzlich kämpfen gegen Aliens nicht größer ist als der Sprung von wir versuchen unsere oder ich versuche meine Ex-Freundin zurückzugewinnen und plötzlich sind überall Zombies oder hier ist nichts los und plötzlich ist alles eine Verschwörung. Das Problem ist, dass jetzt das Roto hochgeht, was man wahrscheinlich wieder in den Mikros hört. Ja, aber hatten wir ja schon oft, ich würde jetzt einfach weitermachen. Das Problem ist, dass es in diesem Film einfach viel weniger aufgebaut wurde. In allen anderen Filmen hast du von vorne, okay, in Shaun of the Dead ist das ziemlich mit einem Holzhammer aufgebaut. Mit einem Holzhammer ist das sehr geschickt aufgebaut, aber man merkt es von Anfang an. Aber der Film hat einen Humor und weiß, dass er es tut. Hot Fuzz baut es von Anfang an auf und es fühlt sich einfach komisch an die ganze Zeit. Und dann, in beiden Fällen, wenn dann plötzlich die Zombies kommen oder plötzlich die Verschwörung aufgedeckt wird, dann ist es so, ist es nicht wirklich, es ist schon irgendwie überraschend, aber andererseits nicht so, dass es einen rauswirft. Und in dem Film ist es halt einfach nicht wirklich aufgebaut. Sie haben zwar die paar Punkte, wo sie sagen, der und der hat uns nicht erkannt und blablabla, aber das ist so. Aber das ist nicht, wo du dann plötzlich denkst, das Gefühl hast, die ganze Stadt ist irgendwie merkwürdig. Dieses Gefühl erreicht der Film nicht so wirklich. Ja, das ist, was ich bei Edgar Wright immer lobe, ist, dass er es hier nicht wirklich umgesetzt ist. Dieser Perfektionismus ist in diesem Film nicht wirklich da gewesen. Genau, ja. Er war mehr, wie gesagt, gewollt als tatsächlich organisch. Und dann kommt halt noch dazu, dass in Hot Fuzz und Shaun of the Dead die Idee, wie dann alles revealed wird, halt intelligenter war, als er fängt eine Random Schlägerei mit einem Jungen in einem Klo an. Eben. Und das kommt dann alles zusammen und dann fühlt es sich halt so ein bisschen konstruierter an. Und das ist eben so mein gesamtes Gefühl bei diesem Film. Er liefert alles, was man als Edgar Wright Fan sehen und haben will, aber halt in der, in mehr Schema F, so nach einem Schema F Edgar Wright Film. Alles immer noch sehr unterhaltsam, ziemlich gut gemacht, aber nicht mehr so innovativ und so besonders wie die anderen Filme waren. Und was echt ärgerlich daran ist, dass es nicht so schwer wäre, solche Sachen mehr aufzubauen. Vor allem nicht, wenn man sich Edgar Wrights Talent anschaut oder die anderen Filme. Wie viele Aspekte davon hätte man schon irgendwo einbauen können, vor allem, wenn man das blaue Blut hat und man ist die ganze Zeit in Pubs und irgendwer kann sich immer an einem Glas schneiden und dann hast du irgendwo ein Taschentuch, wo blau tupft sich irgendwann mit einem Taschentuch die Hand ab oder so und schmeißt es weg und dann geht man nachher dran vorbei und kann sehen, dass da ist blau statt rot. Keine Ahnung, ist gerade nur so spontan rausgeschmissen. Aber so in die Richtung könnte man einfach extrem viel machen, dass man schon merkt, dass mit den Leuten was falsch ist, dass man das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht und nicht plötzlich jemand der Kopf abfällt und das blau ist und dann erst hier stimmt was nicht. Nicht, dass ein Charakter tatsächlich einen Mord begehen muss, bevor wir irgendwo hier kommen. Mord an dem Jugendlichen. An dem Mord an dem Jugendlichen, wie ihr es nennt, müsste, da müsste der Zuschauer sich denken, ach, deswegen ist alles so. Nicht, die Reaktion, die dann kommt, hä, was zuhörte passiert hier, ist da falsch. Da haben wir es aufgewiesen. Genau, ja. Genau das gleiche Gefühl hatte ich dann eben auch mit so Aspekten, die zum Beispiel aus Shaun of the Dead übernommen wurden, sowas wie die Pubs heißen alle, wir sind alle nach dem benannt, was in dem Pub passiert oder was um den Moment. Was die Story beschreibt. Genau, also wir erfahren die gesamte Story des Films, bevor der Film richtig losgeht und lauter so Sachen. Alles in diesem Film, was diesen Aspekt hat, hat sich mehr so, ah ja, okay, das erwarten die Leute von uns, so, das müssen wir jetzt machen. Hat sich so mehr in diese Richtung angefühlt. Und ja, ich bin da nicht mal böse, weil das zeigt nur, dass Edgar Wright auch ein Mensch ist. Und wie jeder andere Regisseur auch in solche Fallen tappen kann. Und ich habe immer noch sehr viel Spaß mit dem Film und wenn ihr jetzt nicht mehr irgendwas hättet, was ihr jetzt noch kritikmäßig ansprechen würdet, dann würde ich auch mal drauf zu sprechen kommen, was in dem Film alles cool ist, weil das hat der Film dann doch auch sehr viel. Ich überlege mir noch, ob ich Kritik habe, die bringe ich dann vielleicht am Ende, weil jetzt bin ich auch eher dafür mal was Positives zu machen. Genau. Das wäre nicht so schlecht jetzt. Aber wir kritisieren nur. Ja, genau. Vor allem du kritisierst nur. Was ist los, Johannes? Ey, das ist, ja, keine Ahnung. Es ist mir alles einfach sehr prominent aufgefallen jetzt beim Schauen des Films. Als ich angefangen habe, habe ich auch nur erst mal Gutes gesagt, was mir halt alles gefallen hat. Ja. Aber das war dann von der Gary King Perspektive. Aber wobei ich sagen muss, die Comedy funktioniert einfach in dem ganzen Film. Die Dialoge sind wieder clever und alles Mögliche. und halt diese kleinen Sachen halt, wo ich Probleme hatte, zuerst kommen sie einem in the first post und dann das zweite ist die old familiar. Und dann die old familiar sieht genauso aus. Ja. The second familiar. The second familiar. Nee, die old familiar. Egal. Ziemlich sicher die old familiar. Auf jeden Fall, sie gehen rein und es sieht genau gleich aus. Und das sind halt diese kleinen Sachen. Und aber, wo es mir dann zu weit ging, wo sie gesagt haben, und dann bringen sie jetzt auf einmal Kommentare über Pappsterben oder Pappsterben. Gentrifizierung. Das ging dann zu weit. Ich meine so, hätten sie einfach nur es gezeigt, ohne wirklich darauf einzugehen, fände ich es um einiges effektiver, als dann noch irgendwie so eine Throwaway-Line drüber zu haben. Verliert sich dann auch über den Rest des Films. An sich auch gar nicht lustig ist. Die Gesellschaftskritik aus Shaun of the Dead wird auch nicht in Worte gefasst, sondern ist immer nur zu sehen. Ja, also es war quasi, das hat es nicht gebraucht. Ein paar Stellen waren so, Show, don't tell. Ja, ja, ja. Ihr habt es schon gezeigt, also wieso sagt ihr das jetzt auch noch? Ja, ich habe es verstanden. Ja, genau. Ich habe es verstanden. Der Old Familia, tut mir leid. Macht ja auch Sinn, weil der Name spricht ja auf Rosamund Pikes Charakter an. Genau. Also ja, es ist wirklich jeder Name, also die anderen fallen mir jetzt auch gar nicht ein. Ich weiß nicht, am Ende ist halt The World's End. Und The King's Head ist, wo Gary King durch einen Schlag auf den Schädel halt bewusstlos ist. Genau. Was ist der, wo Hole in the Wall ist, wo das Auto durch die Wand fährt? Genau. Dann The Sirens ist da, wo sie von Sirenen wirklich verführt werden. The Mermaids. The Mermaids war das. The Mermaids. Ah, okay, dann auch. Genau. The Two-Headed Dog ist die Zwillingsschwestern. Genau. The Cross Hands gibt es noch. Mal von vorne. The First, wir kommen durcheinander. The First Post, Old Familia. Der Dritte ist da, wo er rausgeschmissen wird, gell? Der Dritte ist The Famous Cock dann. Ich dachte, das wäre der Vierter. der Famous Cock, weil er sich halt wie der berühmte Spast. Ich dachte, das wäre der Vierter. Okay, jeder mit Cross Hands. Von hinten, The World's End, The Hole in the Wall, The King's Head, The Mermaids, The Beehive. Beehive ist logisch. Beehive war der mit, wahrscheinlich mit Brosnan, oder? Ja, wo sie die riesen Pappschlägerei haben, wo sie den Beehive anstacheln. Poken. Für mich war es zweifaltig. Also erstmal Beehive, so anpoken, und dann bei Hive muss ich immer an Hive Mind denken. Und dann, ja, also entweder der Fünste oder Sechste ist dann noch Cross Hands und dann fehlt uns eigentlich nur noch einer. Oder? Cross Hands ist da, wo sie mit den Händen die ganze Zeit in ihren Gesichtern sind. Das ist die Bathroom. Genau. Ah, okay. Aber die anderen fallen mir jetzt auch nicht mehr ein. Ich weiß jetzt auch nicht mehr aus. The Trusted Servant ist da, wo sie den Ruffer Queen treffen. Genau. Jetzt sind wir bei elf, jetzt fehlt noch einer. Keine Ahnung. Ich glaube der dritte. Hast du gesagt Mermaid, dieses Mermaid-Sing? Ja, Mermaid haben wir jetzt. Ich habe es ja noch offen. Ich kann jetzt einfach mehr anschauen. Oh, schau nach. Ja, schau mal nach. Das dritte war nämlich sicher nicht, doch, das dritte war Famous Cock, vierte war Cross Hands, das war die Bathroom-Szene, fünfte war The Good Companions. Das hat uns gefehlt und dann kommt Trusty Servant. Ah. Und dann hatten wir es auch mit Two-Headed Dog, Mermaid, Beehive. Okay, ich habe die Reihenfolge von Beehive und Mermaid durcheinander gebracht. Schrecklich. Katastrophal. Schrecklich. Ja. Nee, aber für mich ein großer Punkt war die Comedy, ein großer Punkt ist, wie das Editing, wie das Bier eingeschränkt wird, ist natürlich quasi, genau wie die Szene, wie Bauch und Fass, nur halt quasi nochmal erweitert und dazu gebracht. Und diese vier Bier und das fünfte ist einfach ein Glas Wasser und dann Gary Kings Reaktion ist einfach nur super. An der Stelle, ich habe gesagt, ich will nicht mehr kritisieren, aber, was ich ja vorhin gesagt habe, der Film, der Film feiert seinen Alkoholismus, der Film macht sich über Nick Frosts Charakter lustig, weil er ein Wasser trinkt. Weil er kein, ja, ja. Also widersprich seiner Message. Mach geht weiter. Entschuldigung. Okay, die Sache ist die, okay, Kritik an deiner Kritik. Nein, nicht Kritik. Doch, Kritik an deiner Kritik. Gary King macht sich über Nick Frost. Aber der Film auch, wie er es inszeniert. Ja, aber der Film ist... Indem er so, cool, Bier, Bier, Bier und dann Water. Aber der Film ist für mich, der Film ist für mich, aus Cary Kings Sicht. Deswegen funktioniert es für mich. Aber das war, das wollte mein, sollte mein Punkt sein. Ja. Man merkt im Film schon stark an, vor allem in seiner Comedy, dass es, dass Edgar Wright einfach eine Formel zum dritten Mal reproduziert. Ja. Oder er seine Formel jetzt gefunden hat und sie umsetzt. Und man merkt dem irgendwie manchmal an, dass es einfach nur ist, weil das sein Stil ist. Ja. Andererseits wirken auch viele Sachen einfach sehr perfektioniert dadurch, was ich vor allem in den, in vielen Dialogen. Ja, da könnte ich viele Dialoge als Beispiel nehmen. Zum Beispiel, wenn sie sich im Auto unterhalten über die drei Musketiere, die fünf Musketiere, das ist, finde ich, einen super lustigen Dialog. Ja, genau. Wo sie dann zwei Leute verlieren. Genau. Wo sie ja sagen, ja, wenn fünf Musketiere sind, ist doch gut. Wenn zwei sterben, dann ist man immer noch die drei Musketiere und dann passiert es im Film. Und wie diese Szene im Auto aufgelöst ist und geschnitten ist, ist, finde ich, grandios. Vor allem, weil Autoszenen normalerweise echt langweilig sind in den Filmen. Ja. Also, man merkt ihm in vielen Punkten halt an, dass er das macht, was er sich als Formel etabliert hat. Aber in anderen Punkten ist es einfach verdammt gut, dass er das als Formel umsetzt, so als Formel macht, weil es dann verdammt lustig wird. Mhm. Und das führt mich wieder zurück zum Anfang, warum ich sage, ich finde Gary King einen coolen Charakter, weil man einfach verdammt viel Spaß hat, diesen Film anzuschauen. Er regt einen nicht zum Nachdenken, Herrn. Oder mich hat er nicht zum Nachdenken angeregt. Entschuldigung, Ted. Mich hat er zum Nachdenken angeregt, dich nicht. Und Johannes hat er nur genervt. Mich hat er genervt, ja. Ich habe nicht gesehen, was du da drin gesehen hast, Ted. Deswegen wirkt er auf mich oberflächlich und wie eine Komödie. Aber mit einer Komödie soll man hauptsächlich Spaß haben. Und das hat der Film umgesetzt. Und er ist trotzdem noch lustiger als 90 Prozent der Komödien, die man anschauen kann. Und nur weil es Edgar Wright in Anführungszeichen schlechtester oder ist natürlich Meinungssache einer seiner schlechteren Filme ist, Martin, immer noch einer der besten Komödien, die man schauen kann. Weil es einfach viel grauenhaftere und viel schlechtere Komödien gibt. Nee, aber man muss wirklich betonen, dass, wenn es um visuelle Komödie geht, heutzutage es niemanden besseren gibt. Oder ansatzweise gleich guten gibt wie Edgar Wright. Ja. niemanden. Vor allem, wenn man Hollywood-Filme angeht, wenn du die typische Hollywood-Komödie nimmst und da typische Hollywood-Komödie gliedern sich alle an die Apatow-Filme an und das ist halt alles dialogbasiert. Die machen sich... Und improvisationsbasiert. Und viel, viel, genau. Viel Improv, viel... Aber die ganze Comedy kommt aus dem Gespräch. Ja. Wenn irgendwas Visuelles kommt, dann ist es einfach nur, weil es irgendwie so ein richtig krasser, keine Ahnung, jemand kommt mit einem Peniskostüm oder irgendwas. Ja, genau. Die typische amerikanische Komödie heutzutage hält immer den Film an, um einen Witz zu erzählen. Genau. Und Edgar Wrights Witze bringen den Film weiter. Also wirklich niemanden, es gibt keinen anderen, es gibt keinen Filmemacher, den man kennt, wenn man über Komödien denkt. Keinen außer Edgar Wright. Also mir fällt keiner ein. Ich kenne keinen Director, der mir wirklich... Paul Feig, aber... Paul Feig ist... Und der macht diese Art von Filmen auch. Der macht sie vielleicht dann noch besser als andere, aber... Besser als andere. Aber der hält auch die Filme an, um Witze zu erzählen. Und ihn sich mit dem Paul Feig, Bridesmaid at School... Ja. Und Leute, wir machen einen Film-Podcast. Das ist... Geh mal auf die Straße raus. Okay, wenn du auf die Straße rausgehst, wenn Leute nach Filmen machen, nach Regs, die Komödie machen, kennt auch niemand Edgar Wright. Ja, klar, aber die Leute, die uns auch zuhören, die... Ihr kennt Edgar Wright. Kennen sich ja. Ihr kennt aber auch andere Filmemacher, die Komödie machen. Das ist so irgendwo... Ich meine, Judd Apatow ist halt so... Judd Apatow ist der Einzige, auf den ich... Und seine Filme mag ich zum größten Teil. Zum größten Teil, ja. Zum größten Teil mag ich sie, weil halt er meistens mit guten Comedians die macht, mit guten Performern und... Er hat halt immer noch... Er hat immer noch eine halbwegs menschliche Story mit drin. Genau. Oder so eine Coming-of-Age, ganz viel Coming-of-Age-Geschichten und sowas. Genau, aber halt wirklich visuell... Die halt an sich funktionieren. Visuell nichts. Vom Editing her gar nichts. Ja. Wirklich, Edgar Wright ist ein Meister dieses... Von diesem Genre. Von dieser Nische. Von dieser Nische, dass man mit... Dass man auf eine kreative und witzige Weise sein Editing und seine Shot-Composition macht. Ja. Und das macht halt fast niemand. Und wir setzen ihn auf so einen Standard, wo wir ihn halt kritisieren, wo es halt nicht wirklich funktioniert. Aber selbst bei den Sachen ist es halt tausendmal besser als in anderen Filmen, die man kennt. Und diese Sachen funktionieren in World's End. Das ist auch gar nicht mal, was ich kritisieren würde. Sondern was ich hier wirklich kritisieren, ist halt die Story. Und die Charaktere. Aber das, was ihn ausmacht, so zu einem visuell guten, zu einem Visual-Comedy-Director, das funktioniert in dem Film auch wahnsinnig gut. Wahnsinnig, ja. Und ich fand, da hat fast das Gefühl, World's End war so ein bisschen, hat er sich so ein bisschen mehr zurückgenommen. Und während der Hot Fuzz war ja das Ultra-Geballer, was seinen Stil angeht. Ja, krasse Transitions und krasse Montagen. Und World's End war schon fast harmless dagegen. Was ich nicht schlecht fand. Nee, was okay ist. Ich hatte ja bei Hot Fuzz gesagt, da war es mir zu viel. Genau, Hot Fuzz war so, wahrscheinlich schon ein leichter, also auch für meinen Geschmack, einen leichten Schritt drüber, aber nicht viel. Und World's End ist dann halt so, okay, das ist ein bisschen ein erwachsenerer Edgar Wright. So ein bisschen, keine Ahnung, reduzierterer, ein wenig, ja. Wir können uns einfach drauf einigen. Der perfekte Film von ihm ist immer noch, Shaun of the Dead. Oh ja. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wenn mir irgendjemand sagen würde, du musst ab jetzt, jeden Tag Hot Fuzz anschauen, ich würde mich freuen. Wow, okay. Das würde ich nicht mehr bei Shaun of the Dead. Ich liebe diesen Film. Das war schon an dem Punkt, wo ich ihn einfach so oft gesehen habe, dass ich ihn nicht mehr sehen konnte. Es gibt wenig Filme, bei denen das so wäre. Es gibt welche, aber... Es gibt wenige. Bei mir gibt es nur drei. Drei Filme, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich da nicht zugrunde gehe, wenn ich die jeden Tag sehe. Das ist einmal Hot Fuzz. Ja. Einmal The Princess Bride und einmal Fellowship of the Ring. Hab ich schon mal gehört. Über Princess Bride, da müssen wir irgendwann mal drüber reden. Holy shit, das ist der... Hast du unsere Besprechung dazu gehört? The most feel-good movie ever. Hast du unsere Besprechung dazu gehört? Nee, hab ich nicht. Wir haben beide nicht verstanden, was der Hype um Princess Bride ist. Aber okay. Verstanden schon, nicht geteilt. Nee, nicht geteilt geworden. Oh mein Gott, ich liebe diesen Film so sehr. Anyway. Holy shit. Was wären deine Filme, Colin, die du jeden Tag anschauen könntest? Wie gesagt, ich war an dem Punkt, wo ich Shaun of the Dead nicht mehr sehen wollte, weil ich ihn zu oft gesehen habe. Ich habe das angetestet und gemerkt, dass es bei keinem Film eine gute Idee ist. Ja. Ich würde wahrscheinlich jeden Film... Wobei, es gibt ein paar wenige Filme, die kann ich wirklich oft einlegen. Also da habe ich auch... Es gibt ganz wenige Filme, wo ich mehrmals im Jahr das Bedürfnis habe, sie nochmal zu schauen. Und einer der wenigen ist Mad Max Fury Road, den kann ich wirklich pausenlos schauen. Und Amadeus wahrscheinlich nicht. Amadeus habe ich noch nie gesehen. Noch nicht. Okay. Ich habe ihn auf jeden Fall vor, aber habe es noch nicht geschafft. Ja. Einfach Herr der Ringe. Erstens alle drei. Die habe ich als Kind so oft gesehen. Aber vor allem... Ich habe sie auch so oft gesehen. Ich auch so oft gesehen. Ich habe sie, glaube ich, als ich klein war, als sie rauskam, aus sie rauskam, war ich sieben, acht, neun. Ja. Und dann, ich glaube, die ersten paar Jahre, ich habe sie locker vier, fünf Mal im Jahr gesehen. Ja, ich auch. Locker. Und seitdem sind es immer noch zwei, dreimal im Jahr. Ja, mein Bruder und ich, es gab einen Punkt, an dem mein Bruder und ich alle drei Filme Special Extended Edition, also die zwölf Stunden Variante von der gesamten Trilogie, mitsprechen konnten, jeden einzelnen Satz. Ja, ja. Also wirklich. Bei mir, ich konnte es nicht, weil ich dann irgendwann halt von ewig obsessiv die deutsche Version gucke, bin ich dann umgestiegen auf ewig obsessiv die englische Version. Wir konnten die deutsche mitsprechen als Kinder, ja. Dann hat es sich bei mir einfach nur vermischt im Kopf und das kann ich halt gar nicht sehen. Das ist manchmal wirklich so, manchmal schaue ich mir die Szene an und ich erwarte die deutschen so Grundsprecher von Gandalf und dann höre ich auf einmal ihr mit Kellen so, hä, was passiert? Das geht mir bei Herr der Ringe tatsächlich auch weiter. Ja, das ist schlimm, weil manche sehen, da kann man die nur auf Deutsch zitieren und das ist so ein Moment. Ja, wirklich, aber vor allem in den dreien ist auch Fellowship of the Ring ist der Film, immer. Und genauso eben Princess Bride und Hot Fuzz, das sind die drei Filme, wo ich einfach nur sagen kann, machen wir sie jetzt gleich an, also nach dem Podcast. Also bei mir wäre was als einziges, was mich am wenigsten nerven würde, ich habe ja schon gesagt, ich möchte keinen Film für den Tag sehen, wäre dann wahrscheinlich Scott Pilgrim. Okay. Weil das auch sehr ein, Edgar Wright hatte für mich den Punkt erreicht, dass ich die Filme einfach nicht mehr schauen konnte und dann habe ich sie jetzt hierfür wieder angeschaut und der dann bei allen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja cool, ich schaue es wieder, es ist jetzt auch mal wieder Zeit, aber irgendwie hat es mich auch so ein bisschen genervt, ihn nochmal anzuschauen, weil ich es einfach zu oft gesehen habe. Und Scott Pilgrim war der Einzige, der mich gar nicht genervt hat, nochmal anzuschauen. Verstehe, verstehe. Ja, bei mir ist auch, natürlich ist alles nur hyperbolisch, natürlich würde ich keinen von denen jeden Tag sehen. Ich glaube, das ist puber Folter, egal, was man da schaut. Aber es gibt immer so ein paar Filme, wo man die einfach, nicht nur die Favoriten sind, sondern einfach wirklich irgendwie nah am Herzen sind. Ja, genau. Also ich kann das wirklich daran festmachen, wenn ich wirklich das Bedürfnis habe, einen Film nochmal anzuschauen und das ist, ich schaue oft Filme nochmal, aber es gibt wenig Filme, wo ich wirklich mir denke, ha, ich habe jetzt richtig das Bedürfnis, diesen Film zu sehen. Ja, ja. Und zwar, obwohl ich ihn auswendig kenne. Ja, das ist ein gutes Zeichen dann. Besser geht's nicht. Es wird stark off topic. Überleitung. Hat jemand von euch dieses Gefühl bei World's End? Nein. Sorry. Ich respektiere diesen Film, wie gesagt, von dem ganzen Zeug, was ich vorher gesagt habe, also ich werde ihn auf jeden Fall noch irgendwann mal sehen in meinem Leben, aber vielleicht auch öfter, aber erstmal reicht's wieder. Das ist so schade, weil man denkt so, ah, es ist so ein guter Film. Es ist wirklich ein guter Film. Es ist ein guter Film. Die Visuelle Comedy funktioniert, er hat einen coolen Soundtrack, es ist einfach ein spaßiger Film anzuschauen, er ist durch und durch spaßig. Einfach nur Edgar Wright, der Name, setzt den Maßstab so hoch an den Film, dass man ein bisschen enttäuscht ist. Ich meine, ich hätte diese Kritiken auch gehabt, wenn es jetzt nicht Edgar Wright gewesen wäre, weil meine Kritiken sind ja nicht mit seinem Stil oder so, wenn man wirklich mit Story und Charakter, aber ja, es ist verglichen, es ist immer noch ein wirklich, es ist ein guter Film. Für mich ist es ein guter, solider Film mit einigen Problemen, wie es die meisten Filme haben, aber halt auch sehr viel, was man an ihm mögen kann. Was ich jetzt noch, wo ich glaube ich gar nicht so eingegangen bin, war, also ich liebe den Cast, den der Film hat und ich finde, die einzelnen Schauspieler bringen so viel Personality für ihre Charaktere mit und so weiter und ich habe ganz viel Spaß mit Gary Kings Freundeskreis, weniger mit ihm, aber mit seinem Freundeskreis und so. Beziehungsweise Nick Frost fand ich super, weil er einfach mal wirklich was anderes spielen darf. Das hat mich sehr viel gefreut. Hinhalt die erste Hälfte, ist da was anderes spielen. Ich meine, seine drei Charaktere kannst du eigentlich kaum vergleichen in der Connectionsphilosophilie, die sind alles vollkommen andere Personen. Ja, aber in den beiden Filmen vorher war er so ein bisschen der dämliche, der, er ist wieder nur das Sidekick, aber ihr wisst, was ich meine, er war so ein bisschen auf jeden Fall, auf jeden Fall, ein bisschen aktiver, proaktiver auf jeden Fall. Und hier hat er halt so den überlegenen Part gespielt. Ja. Jedenfalls sehr lange, bis er angefangen hat, Schnaps zu trinken, was wieder zu deiner Story passt oder zu deiner Wahrnehmung der Story. Ist halt Nick Frost, Nick Frost ist halt auch ein super Typ, ich will ihn im Alben sehen. Total. Ich weiß ja nicht, was er außerhalb, so viel, was er außerhalb von von Simon-Pack-Korroration gemacht hat. Ich habe das mal gegoogelt dann, und er hat echt viele Filme. Echt? Ja, ich meine, er ist in sehr vielen Filmen so ein Nebencharakter, sowas wie Attack the Block oder so zum Beispiel. Oh, Attack the Block habe ich leider noch nicht gesehen. Ich habe ihn in irgendeinem Film gesehen, wo er ganz kurz, also nicht im Film, sondern ich habe ihn in irgendeinem Trailer gesehen von irgendeinem neuen Film, ich glaube dieses oder letztes Jahr, wo er drin war. Ich meine, er hat irgendeinen gemacht, wo er so ein Tänzer war, weiß ich jetzt nicht mehr wie. Oh nee, ja stimmt, nee, ich habe den Tomb Raider habe ich dieses Jahr nicht gesehen. Ist er da nicht irgendwie so ein Wachen? Ja, aber da kommt er in zwei Szenen vor. Aber genau, aber ich meine nicht, er kommt in sehr vielen Filmen auch sehr kurz vor. Das ist die Sache, weil Tomb Raider, ich habe den Trailer gesehen und quasi seine Szene so, oh, er ist den. Ja. Und das war das Einzige, wo ich mir dachte, ach, vielleicht sollte ich mir den anschauen und am Ende hatte ich aber doch keine Lust. Genau, Cuban Fury war der Film, wo er ein Lead. Cuban Fury? Ja, wo er so einen Tänzer spielt, der halt irgendwie tanzen will. Und dann hat irgendwie Jack Black einen ähnlichen Film gemacht, der The Polka King heißt und dann war ich verwirrt. Polka King, ja. Polka King ist dieser Netflix-Film, den ich mir anschauen will. Genau. Aber habe es noch nicht geschafft. Ja, ich schaue gerade seine IMDb durch. Er ist in sehr vielen Filmen halt ein kleiner Nebencharakter. Hier kurz als Frage, sollen wir als Bonus so eine Simon Peck, Nick Frost, äh, noch Paul besprechen? Nein. Den müsste ich mal wieder anschauen. Ich fand den richtig geil als Kind, aber ich weiß nicht, ob er noch funktioniert würde. Ich habe so ein bisschen Angst davor. Ich habe ihn einmal gesehen, als er rausgekommen ist, aber seitdem nicht mehr. Nein, ich habe den neulich wieder gesehen. Wollt ihr nicht? Neulich? Okay. Also ich habe den als Kind auch gefeiert, aber ... Ich habe sehr boden, die für Erinnerungen dran und habe Angst, dass wir dich jetzt noch mal anschauen, dass das sich ändert. Es ist kein schrecklicher Film, aber du hast sie definitiv besser in Erinnerungen, als er ist. Und kannst du mir noch einen Sider geben? Natürlich. An Paul ist einfach ganz stark zu bemerken, dass ein elementarer Teil von dieser Simon Peck, Nick Frost Kombination fehl und das ist einfach Edgar Wright. Ja, das glaube ich auch, ja. Auf GQ, auf YouTube, gibt es, die tun jetzt viele Videos raus, wo bla 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 Breaks down his most iconic roles. Dann war es halt Simon Peck und dann redet er über Shaun of the Dead und dann so. Ja, und dann haben wir das geschrieben und die Situation, in der ich mich befinde als Hauptcharakter, die war halt wirklich in meinem Leben. Mit Nick Frost, als meinem Freund, der nichts machen wollte und einfach nur die ganze Zeit im Pub. Und meine Freundin, Edgar Wright, die die ganze Zeit uns dazu bringen wollte, in die Stadt zu gehen, aber wir wollten nicht. Wir wollten immer nur in Spannung. Oh Gott, er ist so witzig. Ich liebe ihn. Das ist cool. Boah, das ist ganz, ich werde es mir halt auch so gut vorstellen, weil Edgar Wright halt dieser krasse Perfektionist ist. Ja. Wir werden in einer Bonus-Episode eventuell noch drüber reden, aber Nick Frost und Simon Peck haben zusammen gewohnt und Nick Frost war damals einfach nur, hat glaube ich, als Kellner in einem Pub gearbeitet und ist dann zufällig, dann meinte Simon Peck zu Edgar Wright, hey, ich habe da einen Mitbewohner, der will unbedingt mal mitspielen. Der Dialog lieg wahrscheinlich anders ab, aber dann hat Nick Frost halt bei Edgar Wright mitgespielt und dann war er kein Kellner mehr. So ist es. Ja, ich glaube, habt ihr noch abschließend etwas zu The World's End zu sagen? Ja, der Film ist deutlich, deutlich besser als diese Episode das jetzt wahrscheinlich klingen lässt. Wie gesagt, wie bei jeder Episode habe ich das Gefühl, weil wir ja sehr viel kritisieren, aber wirklich dann immer nur schwärmen können, wenn es um Edgar Wright geht. Also es ist einfach... Es war jetzt so die erste Episode, wo mehr Kritik als Lob wahrscheinlich kam. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber bei mir ist es halt immer noch ein bisschen weniger Kritik. Ich liebe diesen Film genauso, wie ich alle seine anderen Filme liebe. Ich würde ihm jedem empfehlen, der ihn nicht gesehen hat. bei dem er sagt, ich habe es endlich gesehen, dann sage ich, es ist definitiv wert, diesen Film anzuschauen. Ist das ein guter Film? Schaut euch an und dann schreibt uns und dann gehen wir jetzt dann mal auf den Pubcrawl. Ich meine, ich möchte... Mit PFG-Pubcrawl, den müssen wir machen. Ja, sollten wir machen. Wir machen ein Meetup mit den Zuhörern, Pubcrawl und dann, wenn ihr uns erwischt, erwischt ihr uns. Schreibt uns, wenn ihr mitmachen wollt beim Pubcrawl. Wir müssen nach München kommen. Wir müssen nach München kommen, aber das... Dann, oh Gott, oh Gott, das wird ein Jeep. Dann müssen wir es machen, wenn irgendjemand nur eine Person herkommt. Oh ja, das wäre lustig. Ja, ich glaube, ich kann abschließend sagen, ich glaube, für mich ist der Film auf dem Level, auf dem er hier rüberkommt. Ja, es ist noch ein bisschen abgefallen, jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe. Es ist trotzdem noch sehr unterhaltsam und ich könnte da nur einen Letterboxd-Review mal wieder zitieren, der sehr schön formuliert hat, irgendwie nicht wörtlich, aber irgendwie so, it's Edgar Wright's worst Film by a golden mile, but still one hell of a time oder irgendwie so. Also, er ist immer noch sehr unterhaltsam, aber ein, für mich ein großer Schritt nach unten gegenüber allem, was wir bisher besprochen haben und was wir noch besprechen werden. Objektiv gesagt, ja, subjektiv hatte ich immer noch mehr Spaß als mit dem Spaß. Ich hoffe mit objektiv, Mann. Er ist objektiv nicht so schlecht, wie ich es sage. Ich habe es immer so objektiv gesagt, als ob der Colin hier in der Stimme ist, was objektiv und subjektiv ist. Nein, okay, was ich damit sagen würde, ich hatte weniger Spaß mit Hot Fuzz. Aber Hot Fuzz ist wahrscheinlich besser, das gebe ich zu. Wahrscheinlich. Ich kann es gerne lassen. Auf jeden Fall, ist das beste Film aller Zeiten? Nein! Okay, Kinder, ich unterbreche das jetzt mal hier. Nein, du bist ruhig. Hot Fuzz ist der Film, der mir am wenigsten Spaß gemacht hat. Komm! Ich bedanke mich mal bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört beim nächsten Mal wieder zu. Und wenn ihr Spaß hattet, dann lasst uns das wissen und sagt uns, wie findet ihr den Film und wie würdet ihr die Edgar Wright Filme ranken? Lasst uns den Krieg weiterführen in den Kommentaren. Warum nicht? Wenn wir nie wieder aufhören. Seid ihr Team Colin? Seid ihr Team Johannes? Seid ihr Team Ted? Lasst es uns wissen. Das könnt ihr wie immer tun auf Facebook und Twitter unter Planet Film Geek. Und das Beste, was ihr tun könnt, ist, ihr lasst uns eine Bewertung und einen Review, da wer uns hört und empfehlt uns weiter. Ganz einfach. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Episode Directed by Edgar Wright, wenn es um Baby Driver geht. Aber Team Johannes und Team Colin sind doch in dem Fall sogar sehr ähnlich. Also abgesehen davon, dass du heute fast bist, dass ich mit beide Beispiele habe gesagt. Trotzdem, wir bilden Fronten. Ja, okay. Team Johannes und Colin gegen Ted. Hashtag Team Ted. Hashtag du bist hier der Neue. Hashtag smash the Hashtag Team Anadog Hashtag smash the old system Hashtag bis zum nächsten Mal. Wow, das war ein Leben. Hashtag Ciao.